Die Raumfahrt-Highlights in unter 60 Sekunden. 178 Raketen haben 2022 erfolgreich einen Orbit erreicht. 61 davon allein von SpaceX. 42 Menschen wurden auf 10 Flügen 2022 in den Weltraum geschossen. China hat seine Raumstation vollendet und den ersten Crewwechsel für eine dauerhaft bewohnte Station vollzogen. Der Einmarsch von Russland in die Ukraine hat die Raumfahrt grundlegend verändert. Nicht nur dadurch hatte Satelliten-Internet 2022 seinen großen Durchbruch. 2022 war das Jahr der Mondmission, nicht nur wegen Artemis. Die NASA hat mit DART erfolgreich die Flugbahn eines Asteroiden verändert. Und das James-Webb-Teleskop begeistert Millionen von Menschen rund um den Globus. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Fangen wir aber erstmal mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Dienstag, den 27. Dezember, wurde in China eine lange Marsch 4b mit Gaofen-Erdbeobachtungsathleten gestartet. Startplatz war Taiyuan und Startzeit war 8.37 Uhr MEZ. Am Mittwoch, den 28. Dezember, gab es einen Starlink-Start. Um 10.34 Uhr MEZ hat SpaceX seine Falcon 9 von Cape Canaveral ausgestartet. Besonderheit diesmal? Ja, die gestarteten 54 Starlink-Satelliten laufen unter Starlink zweite Generation. Das war bisher als Stichwort nur für die neuen großen Satelliten geläufig, die ja exklusiv mit dem Starship gestartet werden sollen. Ob die nun gestarteten Satelliten auf anderen Frequenzen senden oder andere Hardware nutzen oder was ihr auch sonst so zur zweiten Generation macht, das ist bisher, soweit ich weiß, nicht bekannt. Nach dem Start am Mittwoch hat SpaceX insgesamt 3.666 Starlink-Satelliten auf über 60 Falcon 9-Flügen gestartet. Etwa 3.000 sind aktuell in Betrieb und weitere 200 sind im Orbit aber noch nicht einsatzbereit. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Fest und habt die Feiertage genießen können. Ich habe mich sehr über die zahlreichen Weihnachtsgrüße von euch gefreut. Ja, auch die Raumfahrt hat etwas ruhiger gemacht und so werde ich die News heute dazu nutzen, einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2022 zu geben. Es gab ganze 186 Orbital-Raketen-Start-Versuche, 178 davon waren erfolgreich. Eine verrückte Zahl. Durchschnittlich alle zwei Tage ist eine Orbital-Rakete gestartet. Der betriebsamste Monat war übrigens der Oktober mit 21 Starts. Die meisten Orbital-Raketen-Starts gab es in den USA mit 75 erfolgreichen, gefolgt von China mit 62 erfolgreichen. Das ist da auch ein neuer Rekord. Platz 3 kann man sich schon denken, Russland mit 14 Starts. Ja, und dann die große Überraschung oder ich finde schon sehr bemerkenswert, Neuseeland mit 9 Elektron-Starts, alle erfolgreich. Und das noch vor Kasachstan mit 7 Starts. Aus Europa gab es drei erfolgreiche Orbital-Raketen-Starts, alle von Französisch-Guyana aus. Insgesamt sind 42 Menschen mit 10 Starts in den Weltraum geflogen. Wobei 18 Menschen von den 42 mit Blue Origin auf drei suborbitalen Flügen waren. Bemerkenswert, nach dem kommerziellen Transport von Astronauten durch SpaceX war mit Axiom das erste Mal eine rein kommerzielle Mission auf der ISS. Auch wenn da viel geungt wurde, die Axiom-Crew habe das Leben und Arbeiten auf der ISS ziemlich durcheinander gewirbelt, denke ich, es ist nicht unwahrscheinlich, dass langfristig sowohl der Betrieb von Raumstationen als auch die Astronautenausbildung privatisiert werden. Wenn wir bei der ISS sind, eine News habe ich dann doch noch. Die Astronauten Frank Rubio und Josh Cassader haben am Donnerstag bei einem Außeneinsatz an der ISS eine weitere ausfahrbare Solaranlage installiert. Die ausrollbaren Irosa-Paneele werden seit 2021 mit Cargo Dragon zur ISS gebracht und über die alten Solarpaneele drübergerollt. Noch zwei weitere Irosa-Einheiten sollen im nächsten Jahr mit weiteren SpaceX-Resupply-Missionen starten. Wenn alle sechs geplanten Irosa-Einheiten auf der Station installiert sind, werden alle Solaranlagen zusammen 215 Kilowatt Strom erzeugen können. Das entspricht einer Steigerung um 30 Prozent. Das soll nicht nur zusätzlich zur Station neue Experimente in der ISS versorgen, sondern auch neue kommerzielle Module, die durch Axiom zur Raumstation gebracht werden sollen. Die private Axiom-Station soll zwar langfristig unabhängig von der ISS fliegen, wird aber temporär für den Zusammenbau an der ISS montiert. Apropos Solarzellen, wusstest du, dass die ESA-Sonde JUICE über die größten Solarpaneele aller bisheriger interplanetare Sonden verfügt? Ja, warum die so groß sind und was JUICE am Jupiter oder besser an den Eismonden macht, kläre ich in der aktuellen Technik-Episode von Senkechstarter. Ich war für euch vor Ort im Rheinraum und konnte mit den Ingenieuren sprechen. Verlinke ich euch unter dem Video. In China läuft das Crew-Programm nach der guten alten staatlichen Raumfahrtschule mit viel politischem Willen und natürlich einem Haufen an Kohle. Spätestens 2022 sollte allen klar sein, dass China nach den USA die neue Raumfahrtsuperpower ist. Dementsprechend kommt mein Crew-Highlight aus China. Das Bemerkenswerteste war mit Sicherheit die Vollendung der chinesischen Raumstation. Durch das Andocken der Labormodule Ventian und Mentian verfügt China nun über eine dauerhaft besetzte Multimodul-Raumstation. Zwar noch nicht mit Menschen, deshalb auch nicht das Crew-Highlight, aber mittelfristig dann doch extrem spannend. Gleich zwei neue Raumschiffe hatten in diesem Jahr ihre finalen Testflüge vor dem Start mit Menschen. Boeing Starliner hatte zwar keinen fehlerfreien Flug, soll aber dennoch im kommenden Jahr 2023 Crew befördern. Und für viele das Raumfahrt-Highlight natürlich dieses Jahr der Start des SLS mit Artemis 1. Mit dem Orion-Raumschiff, das dann beim nächsten Start wirklich auch Menschen wieder zum Mond bringt. Wieder Richtung Mond und das zum ersten Mal seit über 50 Jahren. Traurige Bilanz, aber umso geiler, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Mit Crew-Ragon, Starliner und Orion haben die USA jetzt drei einsatzbereite Raumschiffe. Und mit dem Orion das einzige weltweit mit Deep Space-Fähigkeit. Deep Space, Deep Talk, wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du über weitere spannende Entwicklungen in der Raumfahrt immer informiert bleiben möchtest, unbedingt senkrecht Start abonnieren. Wir hatten auch eine Reihe an Erststarts dieses Jahr, angefangen mit der Atlas 5 511 am 21. Januar. Wobei die Rakete so auch nie wieder fliegen wird, bevor die Atlas 5 dann außer Dienst gestellt wird. Übrigens auch die Atlas 5 Varianten 401, 421, 531 und 541 werden nicht mehr fliegen. Am 29. März ist die chinesische Langermarsch 6A zum ersten Flug gestartet. Am 29. April hatte mit der 1.2 die kleinste der russischen Angara-Raketen ihren Jungfernflug. Rocket Lab hatte am 2. Mai das erste Mal versucht, seine Rakete mit einem Helikopter zu fangen. Das gelang auch, aber der Pilot ließ die Rakete wegen unvorhergesehener Sensor-Daten wieder fallen. Am 13. Juli hatte die europäische WGC ihren erfolgreichen Jungfernflug. Leider gab es ja gerade mit dem zweiten Flug einen Fehlstart und bislang ist nicht klar, ob und wann die WGC wieder fliegen wird. Aber der wichtigste Jungfernflug war mit Sicherheit am 16. November der Start des SLS mit der Artemis 1-Mission. War auch hier auf dem Kanal ein absolutes Highlight, dazu gleich aber mehr. In China sind eine ganze Reihe von Raketen auf ihren Jungfernflug gegangen. So die beiden Feststoffraketen ZK-1A von Caspace und die Yil-Yong-3 von China Rocket. Und zuletzt die Tsuk-Yi-2 mit Masalox-Antrieb, die jedoch entgegen der beiden vorangegangenen keinen Orbit erreicht hat. In Indien ist das SLV zum ersten Mal gestartet. Es wurde ein Orbit erreicht, dieser war aber wegen eines Oberstufenfehlers zu niedrig, was zum schnellen Wiedereintritt der Satelliten führte. Ja, die indische Raumfahrt hat aktuell noch nicht unbedingt den zuverlässigsten Ruf. Aber auch dort macht man mit einem kleinen Budget enorme Fortschritte. Aktuell würde ich sagen, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann Indien in der Raumfahrt an Europa vorbeizieht. Eigene Crewfähigkeiten wird Indien definitiv vor Europa haben. Indische Raumfahrt super spannend, habe ich ein Video dazu, verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung. Indien hat zum Beispiel aktuell den Mondorbiter mit der höchsten Auflösung am Start. Besser sogar als der Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA. Ja, just die beiden mussten übrigens 2021 einander ausweichen, weil ihre Bahnen sich ungemütlich nahe kamen. Am Mond, da geht langsam richtig die Post ab. Die Notwendigkeit auszuweichen, die wird zukünftig noch öfter eintreten. Ja, bei der ganzen Anzahl an Satelliten, Sonden und Raumschiffe, die den Mond gerade ansteuern. Mondsonden, Highlight da für mich, die am 28. Juni gestartete NASA Capstone-Mission, die von Rocket Lab gestartet wurde und im Artemis-Programm den sehr speziellen Orbit des zukünftigen Gateways erforschen soll. Durch die energiesparende Reiseroute hat Capstone erst am 14. November seinen Mondorbit erreicht. Auch die am 4. August gestartete erste südkoreanische Mondmission Daonuri hat gerade jetzt am 16. Dezember den Mondorbit erreicht. Der Start war noch mit SpaceX Falcon 9, aber zukünftig möchte Südkorea selbst Raketen bauen, die der Erforschung von Mond und Mars dienen. Mit der Nuri-Rakete verfügt Südkorea ja jetzt schon über eine kleine Orbitalrakete und ist da im Gegensatz zu Deutschland per Definition eine Raumfahrtnation. Nutsch, nutsch. Ein Land, das schon seit vielen Jahren Raumfahrtnation ist, Japan. Die japanische Yaksa macht extrem krasse Sachen und ist nach meiner Einschätzung auch gleichauf mit der ESA in bestimmten Bereichen auch sogar deutlich ambitionierter. Die am 11. Dezember gestartete Hakuto-R-Mondlandemission war aber keine Yaksamission, sondern eine private Mission von der japanischen Firma iSpace. Sollte die Mondlandung auch gelingen, wäre es die erste private Mission, der das gelingt. Gestartet wurde die Mission von SpaceX und an Bord war unter anderem ein Mondrover der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Vereinigten Arabischen Emirate sollte man ebenfalls auf den Zettel haben. Sie nehmen aktuell sehr, sehr viel Geld in die Hand für Raumfahrt, sowohl für Sonden als auch für astronautische Raumfahrt. Ja, der Einmarsch von Russland in die Ukraine hat die Raumfahrt grundlegend verändert. Der hat natürlich global riesige Auswirkungen und ich bin mit meinen Gedanken bei den betroffenen Menschen. Die Auswirkungen auf die Raumfahrt sind da nicht das größte Problem. Aber da senkrecht startet ein Raumfahrtkanal, ist hier eine Auswahl an Einflüssen auf die Raumfahrt. Für Europa am dramatischsten das Ende des milliardenschweren Programms zum Starten von russischen Soyuz-Raketen vom Raumfahrtzentrum in Kuru. Tragisch, die gemeinsame ESA-Rost-Kosmos-Mission zum Mars, ExoMars, wurde eingestellt. Wobei Europa dort nun mit eigener Technik die russische Landesstufe ersetzen möchte. Die Zusammenarbeit wurde aber nicht nur auf westlicher Seite ausgesetzt. Russland wird unter anderem keine Raketentriebwerke mehr in die USA liefern. Das betrifft das RD-180 für die Atlas V und das RD-181 für die Antares. Wobei es für die verbliebenen Atlas-Raketenstaats noch genügend russische RD-180 in den amerikanischen Beständen geben soll. Prominentes Negativbeispiel für Auswirkungen auf die deutsche Raumfahrt war das Abschalten des deutschen Erosita-Instruments auf dem deutsch-russischen Weltraumteleskop Spectre RG. Das so in den Winterschlaf versetzt wurde. Entgegen dem Gepolter des früheren Roskosmos-Chefs blieb die Zusammenarbeit auf der ISS wohl relativ unberührt durch den Krieg in der Ukraine. Unschön aber die Aktion der Kosmonauten Oleg Admeyev, Denis Medveyev und Sergej Kozakow. Sie posierten auf der ISS mit russischen Fahnen der Volksrepubliken Luhansk und Donetsk. Großer Gewinner in der Krise war das SpaceX. Zum einen, da sich auf einen Schlag die vorher sehr negative Grundstimmung zu Starlink-Internet geändert hat. Und zum anderen, da SpaceX auch für die gestrandeten Satelliten schnell eine alternative Startmöglichkeit bereitstellen konnte. Gerade das kurzfristige Bereitstellen von Startkapazitäten zusätzlich zum ohnehin vollen Flugplan war eine eindrucksvolle Demonstration der Fähigkeiten von SpaceX. Blue Origin von Jeff Bezos hat noch keine Orbital-Rakete, aber bisher eine durchaus beachtliche Suborbital-Tourismus-Statistik. Die wurde leider durch einen Fehlstart der New Shepard verhunzt. Die Kapsel ohne Crew ist nach dem Startabbruch im Flug zwar heil zur Erde gekommen, der Booster jedoch ist verloren gegangen. Die Unfallursache wird noch untersucht und aktuell hat man die Flüge der New Shepard ausgesetzt. Aber auch Astra Space hatte nach dem ersten erfolgreichen Flug im November 2021 zwei Fehlschläge in 2022. Und sah sich letztlich gezwungen, seine Rocket 3 außer Dienst zu stellen und an der nächsten Rakete, der Rocket 4.0, zu arbeiten. Tragisch, bei dem letzten Fehlstart der Rocket 3.3 gingen zwei Tropics-Satelliten der NASA verloren. Die verbliebenen vier Satelliten der Tropics-Mission von der NASA startet man dann 2023 mit zwei Elektrons. Tragisch, für die gebeutelte europäische Raumfahrt war der Fehlstart der Vega C letzte Woche. Ja, Raumfahrt ist schwierig und daher sollte man den Fehlstart nicht überbewerten. Jedoch für die Moral und das Ansehen der europäischen Raumfahrt kam der Fehlstart natürlich zu einer Unzeit. Weil ich ebenso die japanische Raumfahrt über den Klee gelobt habe, auch hier gab es am 11. Oktober einen Fehlstart und zwar mit der Feststoffrakete Epsilon. Die ist der Vega-Rakete der europäischen, gar nicht mal so unähnlich. Ich habe euch letzte Woche gefragt, was eure Highlights des Jahres waren. Auf Platz 4 der meistgenannten Antworten war für euch der Falcon Heavy Start von SpaceX am 1. November. Der letzte Falcon Heavy Start davor war tatsächlich im Juli 2019. Aber Spoiler Alert für 2023 erwartet uns eine ganze Reihe an Falcon Heavy Starts. Auch wenn die Falcon Heavy die Krone der stärksten einsatzbreiten Rakete 2022 ja abgeben musste, sind es eindrucksvolle Starts, die es lohnt sich anzuschauen. Auf Platz Nummer 3 war für euch der Darteinschlag am 26. September. Haben wir uns hier auf Senkrechtstarter mitten in der Nacht unter der Woche live angesehen. Und es war mit das Aufregendste, was ich auf Senkrechtstarter bisher erlebt habe. Live-Bilder wie eine 500 Kilogramm schwere NASA-Sonde auf einen nur 170 Meter Asteroiden einschlägt. Völlig crazy. Ja, und das Ganze mit einer Relativgeschwindigkeit von rund 24.000 Kilometern pro Stunde. Ja, was dann die Sprengkraft von etwa 3 Tonnen TNT freigesetzt hat. Dadurch wurde die Geschwindigkeit des Asteroidenmonds Dimorphos signifikant gesenkt. Während er ursprünglich seinen großen Bruder Didymos alle 12 Stunden umrundet hat, konnte durch den Darteinschlag die Periode um ganze 32 Minuten gesenkt werden. Ja, der Test war tatsächlich dafür, um zu untersuchen, wie die Erde vor Asteroiden geschützt werden kann. Eure Nummer 2, Artemis 1. Es ist vollbracht. Am 16. November ist die mit 4.000 Tonnen aktuell schubstärkste und größte einsatzbereite Rakete gestartet. Das 98 Meter hohe Space Launch System, kurz SLS, ist mit dem Orion-Raumschiff von PET-39B im Kennedy Space Center in Florida abgehoben. Ja, und das Orion-Raumschiff ist dank europäischem Service-Modul sicher zum Mond und wieder zurückgebracht worden. Am Montag, den 28. November, hatte Artemis 1 bergfest und war mehr als 430.000 Kilometer von der Erde entfernt. Das ist die weiteste Distanz von der Erde für ein für den Crew-Transport entwickeltes Raumschiff während einer Mission. Erde, Mond und Orion-Raumschiff auf einem Bild. Also wer dabei keinen Apollo-Moment-Gefühl bekommt, ja, der sollte zum Arzt gehen. Und auch der Wiedereintritt, der Haupttest für Orion und sein Hitzeschild gelang am 11. Dezember. Die etwa 40.000 Kilometer pro Stunde wurden planmäßig im Pazifik auf Null reduziert. Ja, und das Orion-Raumschiff hat seine Feuertaufe mit Bravour bestanden. Das ganz große Highlight, eure Nummer 1, ja, die Veröffentlichung der ersten Bilder des James-Webb-Weltraumteleskops. Ja, das aktuell leistungsstärkste Weltraum-Observatorium, was es so gibt. Und die Bilder haben auch nicht enttäuscht. Weiter in die Vergangenheit und zum Urknall als je zuvor konnte Webb jetzt schon schauen. Für einen kurzen Moment hat es sich sogar so angefühlt, als wären große Teile der Welt vereint in der Begeisterung für diese grandiosen Bilder. Ich hatte die Webaufnahme des Carina Nebel als Desktop-Hintergrund wie vermutlich Millionen von Menschen. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mit James-Webb alles so ohne Probleme verläuft. Aber das Testen hat sich offensichtlich ausgezahlt. Trotz des sehr komplizierten Origami-Mechanismus konnte das Weltraumteleskop ohne Probleme in Betrieb genommen werden. Zwar hatte das Webb gerade eine kurze Pause. Ich hatte letzte Woche darüber berichtet, dass der wissenschaftliche Betrieb wegen eines Softwarefehlers eingestellt werden musste. Aber mittlerweile ist wieder alles in Ordnung. James-Webb, eine Bilderbuch-Story. Beunruhigend waren nur die NASA-Berichte über einen Meteoriden-Einschlag auf einem der Spiegel, der viel heftiger ausfiel als vorher statistisch ermittelt wurde. Hoffen wir auf einen statistischen Ausreißer. Ja, und das Webb noch lange Jahre den Nachthimmel für die Menschheit erweitert. Für viele in den Kommentaren letzte Woche ein Event für Kenner der Space Creator Day am 23. Oktober 2022 in Speyer. Für alle, die dabei waren, war es ein unglaubliches Erlebnis, dieser wissbegierige, freundliche und hilfsbereite Community mal im echten Leben kennenzulernen. Ja, und so haben uns da alle so ein bisschen selbst gefeiert und aneinander gefreut. Die Resonanz war so positiv, dass wir das definitiv 2023 wiederholen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn die Planungen finalisiert werden. Auf dem Space Creator Day wurde ich unter anderem gefragt, was für meine beste Entscheidung auf Senkrechtstarter war. Ja, und weil mir die Antwort so wichtig ist, hier nochmal die Antwort, Patrick, Martin und Roman zu den Senkrechtstarter-Admins zu machen und Nathalie die Videos schneiden zu lassen. Neben den vielen inhaltlichen Highlights dieses Jahr auf Senkrechtstarter war Nathalie wirklich die wichtigste Neuerung. Mit Nathalie habe ich seit Sommer eine Editorin, die mir unglaublich viel Arbeit abnimmt und Senkrechtstarter auf ein ganz neues Level gehoben hat. Ohne Nath hätte ich niemals in meiner Elternzeit zwei Videos pro Woche weiterhin veröffentlichen können. Tausend Dank für deine Arbeit. Ein ganz großes Dankeschön geht auch an Adrian, Kathi und Hauke, die Discord-Mods für ihren Einsatz auf dem Server, aber auch für die zahlreichen Livestreams. Ja, und gesondert hervorgehoben nochmal Patrick, der ist einfach der gute Geist von Senkrechtstarter. Der ist immer für mich und für Senkrechtstarter da und ein ganz, ganz toller Mensch. Vielen Dank, Patrick. Ein großes Dankeschön geht an Johanna, die alle Skripte von mir Korrektur liest und an Christoph, der für alle Videos Untertitel in drei Sprachen bereitstellt. Vielen, vielen Dank. Gerade beim Transkribieren der Interviews ist es ein Haufen Arbeit. Nach diesen ganzen Senkrechtstartern zum Abschluss noch die Starts der kommenden Woche. Der erste Start des Jahres wird ein Fertigeneinstart von SpaceX. Am Montag, den 2. Januar, startet die sechste Transporter-Rideshare-Mission von SpaceX. Startplatz ist Cape Canaveral und die Startzeit ist 15.55 Uhr im EZ. SpaceX-Transporter-Missionen, genau, das sind diese Missionen, wo ganze Schwärme von unterschiedlichen Satelliten ausgesetzt werden. Macht unglaublich Spaß, das zu schauen. Vielleicht eine gute Gelegenheit für mich mal wieder einen Livestream zu machen. Ich bin ja aktuell in Elternzeit und ja, da musste ich das mit den Livestreams so ein bisschen einschränken. Wenn du kommende Livestreams von mir nicht verpassen möchtest, am besten zum Abo noch die Glocke drücken, damit YouTube dich erinnert, wenn ich live bin. Der zweite Start des Jahres könnte zugleich der zweite OneWeb-Start für SpaceX werden. Da OneWeb ja nicht mehr mit Soyuz fliegen kann, hat man sich kurzfristig für SpaceX entschieden. Der Start ist für Sonntag, den 8. Januar geplant. Startzeit wird noch bekannt gegeben. Ein großes Dankeschön geht wieder an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spendenmonitär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr macht das hier alles möglich. Ohne euch würde es Senkrechtstarter so nicht geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Wenn auch du Senkrechtstarter unterstützen möchtest, unten in der Videobeschreibung findest du einen Link zur Kanalmitgliedschaft oder zum Patreon. Damit kannst du aktiv helfen, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Das Jahr 2023 wird wieder richtig spannend. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.